Guten Tag, willkommen zurück zu GTA Online zusammen mit dem Jan und dem Kevin und heute spielen wir mal eine Runde Tennis mit dem Jan. Den Jan habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt, er hat jetzt auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr ja gerne mal ein Abo da lassen. Okay, let's go! Wer aufschlagt, du! Stimmt. Der Einspieler. Wer muss mich auch... Geh mir, um! Scheiße! Punkt für mich! Für mich... Da hab ich wieder aufschlag, ja! Ja, du hast wieder aufschlagt. Ein bisschen zu stark. Scheiße! Und Punkt! Punkt für Jan. So ein bisschen sehr schwach. Warum? Ja, Mann! Ja! Dann ist meiner so... Ah, Mann! Jan ist in Führung, aber wir gewinnen das Ding noch, das sag ich euch. Das war perfekt. Hab zwar eigentlich nach links gezielt, aber... Gut. Hä? Punkt wieder! Warum ist meiner so behindert? Hast du jetzt aufschlag? Ich... Bis jemand gewonnen hat. Ich glaube, ich brauche noch 10 Punkte. Aber so... Alter! Das war knapp! Okay, jetzt hab ich aufschlag. Das... Das ist unfair. Meiner macht... Meiner schlägt nicht dann, wo ich hinschlage. Oh! Das war verkackt. Tja. Was ist das? Warum verkackt ich gerade die ganze Zeit? Ich bin jetzt gewonnen. Ich glaube an dich, das schaffst du. 3, 2, 1. Wir spielen. Oh! Punkt! Perfekt. Hä? Da hab ich wirklich nicht hingeschrieben. Ja, ich... Ich hab eben auch die ganze Zeit dahin gezielt. Ich hab einen Breakball. Oh, jetzt stimmt. Du brauchst noch 10... Einmal noch gewinnen. Komm. Trau dich. Versuch verkackt. Walter! Ja, Mann! Komm. Mach. Hine. Ja, Mann! Ich hab doch gedrückt! Okay. Gleich ein Stand angeblich. Manu, ich hab doch gedrückt. Warum schlägt der nicht? Oh mein Gott. Ey, ohne Witz. Und? Hab ich gewonnen? Vorteil. Vorteil. Du hast jetzt Vorteil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast jetzt Vorteil. Wie schlägst du so komisch? Das wird komisch. Äh, warte. Hecker. Willst du mich verarschen? Wie hast du jetzt gewonnen? Ja. Ja, 1-1. Wie viele hatten denn nochmal einen Satz? Ich glaub vier. Wenn ich mich nicht irre. Warte. Warte. Ich musste grad proben. Ass. Come on. Willst du mich verarschen? Ja, dann mach ich jetzt meine dreckigen Taktiken. Glaub ich nicht. Okay. Ihr werdet mich verarschen. Sag ich doch. Glaub ich nicht. Du mit diesen scheiß Stoppball. Was für Stoppball? Das ist nicht Stoppball. Für mich schon. Stoppball ist viel beschissener. Ähm. Ah, warum ist der so slow? Spiel gewonnen. Hä? Gart verbuggt. Good game. Ich hab's euch gesagt. Ich gewinn das noch. So verbuggt diese Animation. Und? Wieso macht er nichts? Oh mein Gott. Shit war das knapp. Nein. Warum ist das so langsam? Und? Oh mein Gott. Find ich schön. Breakball. Ich. Warum? Ein Stand. Perfekt. Ich gewinn das trotzdem noch. Leute vertraut nicht. Ich bin Profi. Komm. Hä? Punkt. Warum ist meiner so slow MC? Vorteil. Komm schon. Let's go. Okay, verkackt. Kein Vorteil mehr. Jetzt haben wir beide Vorteile wieder. Oder eher gesagt 40. Ich schaff das. Glaubt an mich. Glaubt er an mich. Kevin? Ja? Glaubst du an mich? Ja. Warum? Ja. Du hast nicht genug an mich geglaubt. Alle glauben an mich deswegen. Niemand glaubt an dich. Aber ja, an er glaubt. Ja. Ehre. Ehrenlos. Komm. Perfekt gewonnen. Ohne Witz. Ich hab Rechtsklick gemacht, aber er hat... Aha. Rechtsklick. Kids. 2-2. Perfekt. Neuer Aufschlag. Schaustoffrate schlägt nun auf. Hä? Tja. Egal. Was bringen eigentlich die unterschiedlichen Schlagarten? Also ich merke da keinen Unterschied irgendwie. Ne. Ich sag lieber nix. Ich gucke auch mal jetzt so. Das mal. Yo. Perfekt. Yo. Okay. Perfekt. Egal. Spielball. Weil das war eben nur so gespielt von mir. In echt. Da hätte ich nicht verloren. Ich wollte dir nur ne Chance geben. Okay, du hast gewonnen. Hehehe. Hab ich doch gesagt. Junge, wie viele Spiele hat ein Satz? Ich glaube viel, wenn ich mich nicht täusche. Ja, dann gewinn ich noch easy. Alter, das dauert... Das dauert so lange. Warum muss ich hier wieder ausschlagen? Das war ich von... Ja. Ja. Jo. Wie slow ist meiner? Meiner ist auch so slow. Keine Sorge. Ach man. Das regt mich so auf. Warum ist das so slow? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aaaaah. Jamann! Ein Punkt. War Absicht? Also 15. War Absicht? Ja. Ich lass dich gewinnen. Come on. Ich spiele extra schlecht, ich lasse es dem Zufall lieber, ob du gewinnst oder nicht. Und anscheinend lasse ich dich gewinnen. Wir müssen anbleiben. Warum?! 40, ja man! Jaul, jaul, jaul! Ja Kevin, halt mal die Fresse, sonst mute ich dich gleich. Scheiße. Okay, doch, war noch gut. Warum?! Ja man, gewonnen! Nee. Ja, man. 3-3. Guck. Warum?! Und Punkt! Man hat ohne Grund geschlagen! Ja... Aber ich gewinne das trotzdem noch. Und Punkt! Ich schwör's dir. Na komm! Putt, putt, putt! Putt, 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 putt! Aufschlaguhr, das ist die Aufschlaguhr. Ja, wenn du abläufst, dann hast du verkackt. Und das jetzt kein Punkt ist. Perfekt. P4-2. Weg, oder? Ah, Mann. Jetzt gucken. Und das wird ein Punkt. Ja man! Und? Hab ich komplett gewonnen? Wie gesagt, ich lasse ich gewinnen. Nee, wir wechseln noch mal Seite. Nimm mich halt ne andere Taktik. Und Punkt! W- Meiner ist so slow, Digga! Da komm ich nicht hin! Ja, meiner ist auch. Punkt! Ja, Mann! Hier lass ich noch einen Punkt absahnen und dann haben wir gewonnen. Wir gewinnen als Team. Ja. Ja, Mann! Sag ich doch, wir gewinnen als Team. Was für? Ich glaub, Seitenwechsel wieder. Ja! Nein. Alter, ich hab so keinen Bock mehr. Wir bringen das ganze Ding jetzt als Team zu Ende. Wie hast du eigentlich grad eben so einen heftigen Aufschlag gemacht? Nein. Das war richtig krass, ne? Junge, sag. Einfach komplett aufladen. Komplett nach rechts fetzen. Das wollte ich grad auch machen. Na scheiße, ich hab auch so eben zu früh ge... Hä? Du warst auf der anderen Seite. Du musst auf meine Seite spielen. Ja, aber ich will nicht auf deiner Seite spielen. Ja, dann hast du wohl Pech. Hä? Ja! Ja! Warte! Ich zeig das mal. Das wird so ins Video geschnitten. Bei mir ist der Ball einfach nur geflogen. Ja, ist er ja auch. WTF? Ja, man. Hä? Ja, man. Mein ist einfach zurückgesprungen. Also, er hatte zu Schiss. Hä? Warum ist Leihstand? 30. Aber warum? Punkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe keinen Plan, ob das richtiges Englisch war, aber das ist mir eigentlich jetzt gerade relativ egal, denn ich bin auf dem Weg zum Casino. Er schreibt einfach no problem. Oh man, jetzt tut es mir leid. Da habe ich ein schlechtes Gewissen. So Leute, der liebe Kai-Aufze musste jetzt leider gehen. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir drehen hier gerade noch ein Glücksrad. Um nichts mehr zu verpassen, lasst ein Abo da. Glocke aktivieren nicht vergessen. Ich habe den Jan in der Beschreibung verlinkt und dann würde ich sagen, haut rein und macht's. Gut, 15.000 AP. Scheiße.